Lektion 9, 9. Lektion, Besichtigungen, 1. Teil Guten Tag, meine Damen und Herren! Ich begrüße Sie zu unserer zweistündigen Rundfahrt durch München. Während der Fahrt werde ich Ihnen einige Sehenswürdigkeiten unserer Stadt zeigen. Zuerst werden wir über den Karlsplatz zur Residenz und zu Münchens berühmtem Nationaltheater fahren. Danach wollte ich eigentlich mit Ihnen in den Englischen Garten gehen. Wegen des schlechten Wetters können wir aber nicht aus dem Bus. Wenn Sie nichts dagegen haben, machen wir statt des kleinen Spaziergangs eine kurze Führung durch einige der historischen Abteilungen des Deutschen Museums. Gegen 3 Uhr werden wir wieder zurück sein. Zweiter Teil Eine Ausstellung Na, Renate, woher kommst du? Ich komme gerade aus dem Haus der Kunst. Dort zeigt man seit dem 21. Oktober eine Paul-Klee-Ausstellung. Sie dauert bis Mitte Januar. Schade, dass wir nicht mit dir gehen konnten. Wir waren während der Zeit auf einer Rundfahrt. War die Ausstellung schön? Das ist schwer zu sagen. Viele der Bilder konnte ich überhaupt nicht verstehen. Das macht nichts. Ich musste zuerst auch viel Neues über moderne Kunst lesen. Und dann versteht man noch lange nicht alles. Man braucht eben für alles, was schwierig ist, viel Geduld. Renates Verabredung Wolltet ihr nicht mit Onkel Max und Tante Grete ausgehen? Ja, wir wollten sie noch vor unserer Abfahrt in ein Restaurant einladen. Wenn es euch recht ist, gehe ich in der Zeit mit ein paar Bekannten in eine Diskothek. Ich habe nichts dagegen. Ich habe eine Verabredung mit einem Freund von Franz. Sie ist um 5 Uhr. Da hast du noch anderthalb Stunden Zeit. Ich soll vorher bei ihm anrufen. Wie telefoniert man in einer deutschen Fernsprechzelle? Ich erkläre es dir sofort. Ortsgespräch Also, Renate, du siehst hier in der Fernsprechzelle das Telefon- oder Fernsprechbuch. Das Telefonbuch brauche ich nicht. Ich habe Pauls Nummer auf dem Zettel hier. 22 00 24 Dann wirfst du nur zwei 10 Pfennigstücke ein, nimmst den Hörer ab und wählst die Nummer. Wenn jemand sich am Apparat meldet, ist es einfach. Wenn niemand zu Haus ist, hörst du das lange Tonsignal Tüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü zu Pfaffingers nach Haus und packe unsere Koffer. Wir nehmen aber nur deinen braunen und Renates kleinen. Die anderen beiden lassen wir hier. Ja, gut. Wir dürfen aber nicht vergessen, alle bis spätestens acht Uhr zu Hause zu sein. Ich weiß, der Bus fährt um neun ab. Um acht Uhr vierzig, das heißt zehn Minuten nach halb neun, muss jeder an der Bushaltestelle sein. Dritter Teil Telefongespräch Ich höre nichts. Der Apparat ist bestimmt kaputt. Statt der Nummer 01-25-17 wählst du immer 01-5-17. Ach so! Ich vergesse also immer, die Nummer 2 zu wählen. Einsteigen! Wo ist Fräulein Grin? Es ist eine halbe Minute vor neun. Hier bin ich. Alle Taxis waren besetzt. Gut, dass sie endlich da sind. Jetzt sind alle Plätze besetzt und wir können abfahren. Jetzt sind das Schiffe. Jetzt sind die Analyse. Weil ich eine halbe Minute zu hello. Wie ist die Analyse. Jetzt sind die Analyse. Jetzt sind die Analyse. Ich kann mich gut.